Paula dürfte die ahnungsloseste Kuh in Unterabt-Steinach sein. Alle Augen auf sie gerichtet. Denn alle wollen zocken. Kuhschiss? Ja, so heißt das Spiel. Leider hat Paula offensichtlich noch nicht kapiert, dass das Spiel längst läuft. Daher kurzer Abstecher von der heiligen Weide auf den heiligen Rasen. Ja, ein ganz besonderer Platz. Nein, nicht weil ein Tor im Tor steht. Das trägst du bitte mal weg. Danke, sondern weil es der erste Freiluft-Kunstrasenplatz dieser Art ist. Das ist wie Rasenplatz. Heutzutage die Kunstrasenplätze sind genauso wie Naturraten. Das Besondere die Fasern. Dazwischen kein Granulat und damit kein Mikroplastik, mit dem andere Vereine gerade ihre Probleme auf den Plätzen haben. Noch spielen sie hier in der Verbandsliga. Bald aber höchstwahrscheinlich ganz weit oben. Theoretisch. Der Platz ist sogar von der FIFA zugelassen für Champions-League-Spiele. Äh, echt jetzt? Ja, der ist getestet worden von der FIFA. Und die haben den fair gut befunden, dass man da Champions League drauf spielen kann. Passiert bestimmt irgendwann. Und Gottes Hilfe ist gewiss. Ein sehr, sehr frommer Ort. Überall zu sehen. Äh, sorry, Schnittfehler? So, passt. Da, wo jetzt eine Kreuzung ist, stand früher diese Kapelle, haben sie quasi rübergeschoben und sie, diese wanderlustige Figur, reingestellt. Früher stand Maria von lichten Klingen allerdings mal hier, bis die Kapelle im Wald abgebrannt ist. Die Unterabsteinerer haben Maria gerettet, in die eigene Kapelle gestellt. Und sie da am Abend ist sie auf einmal verschwunden gewesen und niemand wusste, wo die Figur ist. Dann ist man zurückgegangen in die Kapellenruine im Wald und hat sie dort wieder gesehen an ihrem alten Standort. Dann hat man sie wieder mitgenommen nach Unterabsteinach, hat sie dort dann wieder abgestellt in der Kapelle und die Nacht darauf war sie wieder verschwunden. Das Ganze ging so drei, vier Mal. Und erst als man dann der Figur versprochen hatte, dass man sie einmal im Jahr zurück in die Kapellenruine bringt, ist sie da geblieben. Jetzt geht sie halt immer mal auf Wallfahrt. Und wie läuft's bei der Wallfahrt zum ... Kuschels. Jeder Teilnehmer kauft mit einem Los ein Stück Weide. Und dann fängt die Aufregung an, ne? Du bist aufgeregt und fragst dich, kackt die jetzt auf mein Feld, oder nicht? Denn dann hast du gewonnen. Problem ist nur, dass Paula derzeit so überhaupt nicht nach ... Ja, Toilettengang ist. Naja, Unterabsteinach im Kreis Bergstraße. Rund 980 Einwohner hat's. Ein Neubaugebiet, damit es nicht weniger werden und sogar eine eigene Grundschule. Umgeben von gleich 5 500ern. Ja, quasi bergig ist es hier. Perfekte Bedingungen fürs Mountainbiken im UNESCO-Geo-Naturpark. Nur das mit den Bergen ist halt gleichzeitig auch so ein Problem. Denn Unterabsteinach liegt im Tal. Wir müssen erst mal hoch. Wir können nicht von oben anfangen. Wir müssen erst mal hochfahren. Und das ist halt anstrengend am Anfang. Aber das gehört auch dazu zum Mountainbike. Und nicht nur zum Mountainbike. Denn im Winter ist das Ganze eine Läupe. Fehlt nur was. Schnee. Und fehlt der Schnee hier. Richtig. Musste halt aussitzen. Kommt schon noch. So. Paula frisst immerhin. Wir wissen, was vorne reinkommt, muss hinten wieder raus. So als... Kuschis? Ja. Vielleicht klappt es ja noch. Unterabsteinach liegt übrigens in einer sehr besonderen Lage. Hier am schick gemachten Backhaus liegt quasi eine unterirdische Grenze. Da guckste, ne? Das ganz Besondere ist, dass wir in der sogenannten Gesteinsscheide liegen. Also auf der linken Seite der Steinach befinden wir uns im Granit und auf der rechten im Sandstein. Passiert nicht so oft, oder? Naja. Ist eigentlich selten. Musste auch erst mal haben. Den Granit. Und der Sandstein gleichzeitig auch noch. Kletterwand. Direkt auf der Gesteinsscheide liegt auch dieses 2,1 Millionen Euro Projekt. Die à la Hopp-Anlage haben sie gestiftet bekommen. Seit 2015 steht sie. Ein generationenübergreifender Bewegungs- und Begegnungsort. Das Beste? Ich mache am liebsten, rutsche ich immer die Rutsche. Die meisten in Unterabsteinach stolz wie Bolle auf die Anlage. Halt nur nicht alle, weil die Kinder nicht einfach nur spielen. Nee, die machen dabei noch Geräusche. Es läuft im Moment anscheinend eine Klage, wie es im Moment ist. Und muss man halt dann abwarten, sag ich jetzt. Ich hoffe, dass es für die Kinder ausgeht noch. Und die Kinder weiterhin spielen dürfen. Na gut, wenn die Kinder nicht laut spielen dürfen, was könnten sie dann machen? Ha! Wir lassen sie einfach singen. Geht's euch damit gut, Grundschulchor? Heute geht's mir gut. Schwimm ich meinen Hut. Früher bin ich spitzenmäßig. Heute hab ich Mut. Sehr gut. So. Geben wir Paula noch eine Chance. Ihren Fladen hat sie immer noch nicht platziert. Was wird in so einem Fall gemacht? Wenn die Kuh nicht kackt, muss man nochmal von vorne anfangen. Sorry, aber die Zeit haben wir nicht. Dafür aber das Spiel kapiert. Hatten wir schon mal erwähnt, wie es heißt? Kuhschiss? Stimmt, das war's. Fertigmachen fürs Abschlussbild. Fußball ist schon da. Fehlen noch Feuerwehr, Dorfwerkstatt, Turnverein, der Gesangverein, die Backhausrebellen, die aller Hauptpflegerinnen und der Rest. Außer der Kuh. Wir gehen starke!